Kennt ihr das, wenn ein großes Problem ganz klein anfängt? Du bist so eine Kanalie! Ich selber Kanalie! Wenn der Franz nicht mit dir befreundet wäre, dann würde ich mich mit dir gar nicht abgeben. Du willst die beiden jetzt aber nicht wirklich die ganzen Ferien auseinander halten. Schau, heute ist die Gabi bei ihrem Papa. Da kann ich dann mit dem Eberhard schwimmen gehen. Hey Franz! Gabi, was machst du denn hier? Du musst nur kurz aufs Klo machen. Nur wir zwei. Du musst kurz aufs Klo. Hast du die Blasenentzündung? Du bist ein echter Freund. Lohin! Oh, was ist das denn? Komm! Was ist das so? Und dann hat der Franz eine Idee, aber keine gute. Es geht um die Frau Berger. Ich habe sie beobachtet, wie sie nach einem Einbruch nach Hause gekommen ist. Finger weg! Ich hab doch schon immer gewusst, dass mit der was nicht stimmt. Das ist noch lange kein Beweis. Das muss man eben sammeln. Für so eine Aufgabe braucht es ein Team. Für so eine Aufgabe braucht es ein Team. Frau Berger überführen. Und zwar mit einem Einbruch. Wie soll das funktionieren? Du hast doch nicht etwa Schiss, oder? Du musst gar nicht so groß wie du denkst sein. Hör auf! Das können wir nicht machen! Was ist das denn? Eine echte Freundschaft, da ist ehrlich sein immer die beste Lösung. Ich sag's euch, das werden die besten Summerfalen überhaupt. Boah ey, das war so kitschig. Was? Das Herz ist mir aufgegangen. Das war der ersten Malche. Wir sehen uns das. Bis dann! Bis dann! Fah yeah! Bis dann! Bis dann. Bis dann! Bis dann! Pas ein paar Malche. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020